Ich bin Arno Ivan, 20 Jahre alt und vertrete die Schweiz an der Euroskills 2023 in Polen als Gipsen-Trockenbauer. Ich bin jetzt mit Ivan am Trainieren hier bei uns im Betrieb und wir haben uns wie immer langsam nachher getastet. Die Aufgabe, so wie sie jetzt bekannt ist, haben wir die immer aufgebaut. Und dann haben wir angefangen, Probleme und Fehler zu suchen und diese optimieren. Ja, meine Stärken sind sicher im Trockenbüll und im Spachteln. Der Stuck, der braucht sicher noch Zeit und Training und vor allem auch das Mentale. Da muss ich schon ein bisschen mehr arbeiten, dass ich im Polen bin. Ich habe schon das Gefühl, ihnen bringt nicht so schnell etwas zur Ruhe aus. Aber so, wie es den ganzen Männer ausgesagt, bin ich auch nicht immer ganz sicher. Bis jetzt bin ich noch vollkommen ausgleichen. Die Nerven sind noch nicht am Flackern. Aber sobald es August oder September wird, kommt sicher ein Druck und Nervosität. Ich habe grosse Erwartungen an mich. Ich bin jetzt auch mit dem Trainieren und mich vorbereiten. Darum möchte ich an EuroSkills in Polen mein Bestes zeigen und auch Gold holen. Aber auch cool finde ich, dass man die anderen Länder kennenlernt. Wie sie am Arbeiten sind. Und euch allgemein was anderes lang seht. Ciao.